Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir versuchen hier jetzt gerade vor dem Wasser zu fliehen. Ja, ich weiß immer noch. Tessa, äh ja. Eher nur so. Spinne. Oh cool, das kam sogar eigentlich noch von der Spinne geflogen. Okay. Wie gesagt, Erfahrung, ne? Ich bin eigentlich eher froh, wenn ich die dann schaffe, rauszukommen. Ja, danke schön. Komm schon, schieß doch, du blödes Ding. An derselben Stimmung. Und wisst ihr, was ich glaube? So weit ist es nicht mehr. Nur da ist irgendwie das Timing echt, äh, echt etwas bescheiden. Ja, geh mir nicht auf den Zeiger, du dummer Frosch. Es könnte auch sein, dass man das mit dem Frosch sofort schafft. Ähm, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Es könnte sein. Vor allem bauen die da noch Erfahrung ein. Was verlangen die von mir? Ich glaube, die kennen meine Skills nicht, was Jumpin' Rand angeht. Ich meine, ich habe nie behauptet, dass die gut sind. Die sind echt groggenschlecht und das sieht man hier auch, aber hey. Ist das dein Ernst? Du beknackter Frosch! Schießspinner! Schießspinner! Ey, kommt. Wisst ihr, was ich gut gefunden hätte, wenn man vielleicht einfach irgendwie so einen kleinen Checkpoint zu einer Hälfte gemacht hätte? Was war das denn gerade? Ach, ich frage gar nicht. Das hätte ich irgendwie gut gefunden, dass das halt nicht ganz so frustrierend gewesen wäre an manchen Stellen. Halleluja! Vor allem, ich will gar nicht wissen, das hier ist Schwierigkeitsgrad normal. Wie, äh, schwer aussieht. Kann ich echt nicht wissen. Danke. Nein, warum? Warum? Och, kommt schon. Nee, das... Nee. Das war jetzt echt das Bescheuertste von allem. Was ist das denn hier? Das war jetzt echt so Kategorie unnötig und das auch. Du dämlicher Frosch, ey. Ja, helf mir doch nicht. Nö. Warum solltest du auch? Hilf mir nicht. Nein. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ist nicht notwendig. Das sieht man doch. Ja, natürlich. Scheiß Timing und ich werde getroffen. Das ist zum Kotzen, wirklich. Das ist, äh... Das ist jetzt auch nicht mehr witzig mittlerweile. Das ist, äh... Nee. Nein. Ja, hallo! Du dämlicher verdammter... Ich sag nichts. Ja, könntest du vielleicht auch mal deinen Job machen hier? Nee. Nee, nee, nee. Ja, super. Kommt doch noch das von der Spinne an. Das ist genau, wie ich mir das wünsche. Mhm. Halleluja. Ja, Erfahrung. Ich gebe euch gleich Erfahrung. Als ob ich mich jetzt noch hier auf die Erfahrung konzentriere. Ich... Hallo? Ich habe eine Sintflut hinter mir. Mhm. Oh Gott. Ich lebe noch. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das noch überlebe. Tschüss. Danke. Oh, du dämlicher. Ach, da war ja was. Wieso? Diese... Man schafft die Laterne nicht. Also ja, gut. Profis und alles und was weiß ich halt. Andere schaffen die Laterne, aber ich nicht. Machten die da noch so eine dämliche Laterne hin? Vor allem... Der ist so aufblühen, wo es die Nacht gemacht hat. Ja, jetzt kannst du sie treffen. Also... Why? Ja, jetzt kommt das wieder von der Spinne angeflogen. Nämlich halt das. Ist auch okay. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese blöde Laterne da... Dass das so mit... Das Letzte ist. Das konnte ich mir gut vorstellen. Das ist doch ein Scherz. Das ist echt ein Scherz hier. Ja. Vor allem bestimmt... Ja. Leck mich doch. Äh. Brauchen so viele wie ich? Nicht diesen Anlauf. Warum auch immer jetzt das noch von der Spinne angeflogen kommt, aber... Nehm' ich! Ist das euer Ernst? Ist das euer fucking Ernst? Vor allem das blöde ist ja wirklich... Es scheitert an einer Stelle wegen dieser blöden... Ich lebe noch. Ähm... Blöden Laterne. Laterne. Dann darf man den ganzen Scheiß nochmal machen. Das ist ja das Göttliche daran. Ja, als ob Erfahrung. Als ob... Ja, dann spring doch wenigstens an... Ständig, du... Yes! Hilfe! Oh Gott! Ja, Errungenschaft. Das war knapp. Ja, du mich auch Errungenschaft. Oh Gott. Aber seht ihr, es war das Letzte. Das Letzte. Natürlich. Oh, ich bin schweißgebadet, ne? Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ori macht mich fertig. Nicht mehr. Ich bin schweijgen. Ich bin schweißgebadet. Ich bin schweb. Ostfelsprach. Hm. Oh Gott. Die Idee. Das war's für heute. Schön, wie man auf der Karte sieht, dass hier jetzt wieder das Wasser fließt? Okay, gut. Wir leben. Und jetzt ist das Wasser auch wieder rein, wie ihr seht. Moment. Genau, da habe ich jetzt nichts. Okay. Speichern! Es ist zwar jetzt schade um die Erfahrung, aber wir bekommen noch genug Erfahrung. Gucken wir jetzt einfach mal, was es hier unten so gibt. Vielleicht irgendetwas Interessantes für uns. Ah, wir müssen hier sogar hin. Okay, perfekt. Wow. Ist klar. Da könnte es vielleicht das andere geben. Ups, das war mein Controller. Entschuldigung. Tatsächlich, da ist das andere. Das ist hier jetzt richtig entspannend gerade. Ja. Mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger. Alles gut. Natürlich. Alter, lass mich. Na ja, ich muss sowieso Luft holen. Natürlich komme ich jetzt nicht mehr unbeschadet entlang. Moment, ist da was? Tatsächlich. Oh Gott. Okay, okay. Wunderbar. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist jetzt aber eigentlich scheiße. Okay. Okay, 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 okay. Passt. Passt, passt, passt. Passt, sitzt, wackelt unter Duft. Ah, okay. So. So, jetzt aber. So, 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 so. Perfekt. Nicht perfekt. Hängenbleiben ist auch nicht perfekt. Ja, komm, ist jetzt egal. Da ist noch was. Was ist denn da? Will ich das wissen? Was? Natürlich. Erfahrung. Ja, gut. Speichern wir mal. So. Perfekt. Okay. Oh. Könnte auch von da oben so rein. Ja, Moment, 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 dann. Ah. Ich hätte es mir leichter machen können. Oder beziehungsweise kann es mir jetzt auch noch... Ja gut. Okay. Da ist nichts mehr, okay. So. Jetzt frage ich mich nur, wo das Kartenfragment hin muss. vor allem, weil ich da ja scheinbar lang soll. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz hier gucken. Das ist auf jeden Fall das Kartenfragment. Moment. Komm. Ja, komm. Ach. Das ist... Das ist... Moment. Oh, Gott. Okay. Uno, Moment. Also. Speichern. Ah, danke. So, das sah doch schon mal besser aus. Speichern. Okay. Ja, da komme ich noch nicht weiter. Okay. Moment. Nee, nee. Ich täusche mich gerade. Gut. Alles klar. Okay. 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 Ah, toll. Woher soll ich dich denn sehen? Achso. Verdammt. Das geht noch gar nicht. Okay. Dann noch nicht, ne? Dann noch nicht. Dann noch nicht. Dann noch nicht. Was willst du denn? Mir helfen, I see. Oh. Okay. Ich komme hin. Ja, Kuppel! Ich... Ne? Ich war noch nicht so weit. Schießt. Schießt der schon, obwohl ich einfach erstmal gucken will. Okay. Gerade ist so da. Ah, Entschuldigung. Du hast das Stampfen erlernt. Endlich. Benutze diese Fähigkeit, indem du A drückst, um in die Luft zu springen. Dann... Joystick. ... nach unten, um gewaltig den Boden zu erschüttern. Endlich. Ja, okay. Und du willst mir da... ... da hochhelfen, ja. Perfekt. Ähm. Ah. Das ist super. Die haben wir ja schon so einige Male gesehen. Ähm. ... ... ... ... ... ... Nein! Nein! Was musst du denn tun? Was muss er denn tun? Vielleicht wäre irgendwie eine Warnung vorher ganz nett gewesen. Moment. Wie soll man da hinkommen? Okay, den gucken wir uns jetzt gerade noch mal an. I don't get it. Oh, Moment. Toll, toll. Was wollt ihr von mir? Was soll der Gute denn tun? Muss hier irgendwas mit ihm... Ja, gut. Okay, ich muss ihn besiegen. Okay. Okay, jetzt öffnet es sich. Alles klar. Okay. Gut. Dann gucken wir uns noch mal kurz im Erfahrungsbaum um. Aber stimmt, wir brauchen jetzt zwei. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Gut. 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 Gut.